Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. So. Ich werde wieder in 4K aufnehmen, ohne HDR, weil das geht nicht mit... Irgendwie kommt YouTube damit nicht klar, wenn ich da noch was bearbeiten muss im Nachhinein. Und, da geht es auch nicht mit Kamera. Deswegen machen wir das so. Ich werde es auch nicht rendern, nichts bearbeiten, gar nichts. Ich werde reines Gameplay-Material hochladen, unbearbeitet, damit ihr so nah wie möglich, weil YouTube rendert es ja sowieso, ihr mal an meinem Ergebnis, was ich hier vor mir habe, dran seid. Attack of the Eardlings, also attackieren die Eardlinge oder so. So, wir wollen erstmal Optionen. Audio, Musiklautsch. Ich habe zwar im Aufnahmeprogramm schon etwas runtergeregelt, noch zusätzlich. Aber sicher ist sicher. So, Neu-Spiel. Wir wollen mit Tutorial spielen, wir wollen es mal angucken, was da passiert. Wir wollen euch lieber danach spielen nehmen. Jetzt können wir uns gerne ein sein. Wir wollen euch lieber etwas verkaufen sein können. 腐fen... Das war's für heute. Oh, Wien ist ein Deutsch-Text, das ist ja schon mal was. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Bewegung der Kamera. Rotieren. Mit L bewegen. Und mit R zoomen. Okay. Aber hier geht's irgendwie nicht. Soll nicht R auch irgendwie bewegen sein? Die Kamera. Ja. Mit R2. Ja, R2 geht nicht. Wir müssen noch mal kontrollieren. Ob das jetzt am Controller liegt oder am Spiel. Ich hab mir jetzt nochmal einen anderen Controller genommen. Das liegt am Controller. Ich muss ziemlich weit rein drücken, damit er das erkennt. Und hier komme ich durch meine Sticks, die ich hier drauf habe. Komischerweise sieht man das ja so ein bisschen. Da komme ich auf der Innenseite nicht richtig tief runter. Okay. Und hier, da. Ich sage Ihnen, Herr Kahn, hierzu. Der wurde ihm aber nicht angezeigt. Der wurde ihm aber nicht angezeigt. Eliminier die feindlichen Aliens. Ich kann ihn aber nicht anklicken, nichts machen. Das soll ich mal zur Runde beenden machen. Aber wie komme ich da hin zur Runde beenden? Mal hier. Ich kann ihn nicht anklicken, nicht anklicken, nicht anklicken. Ich kann ihn nicht anklicken, nicht anklicken, nicht anklicken. Ich kann ihn nicht anklicken, nicht anklicken, nicht anklicken. Ich kann ihn nicht anklicken, nicht anklicken, nicht anklicken. So geht das nicht? Ich will ihn ja fressen. Ich habe die Fähigkeit, um leicht zu fressen. Jetzt wird das aber Dreieck. Ich kann ihn nicht mal verstecken sein. Ich kann ihn nicht anklicken. Versteck mich mal hier. So weit komme ich nicht bis zu der Ecke, also gehen wir in zwei Schritten voran. Ach, dann können wir doch wieder hier ausschalten jetzt. Sonst hätte ich mich jetzt hier versteckt. Ich kann ihn nicht anklicken. Ich kann ihn nicht anklicken. Ich kann ihn nicht anklicken. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Der hat meinen Schwarmling getötet. Greif den doch an. Wie komme ich da hin? Oh, was ist das? Also die Steuerung ist teilweise ein bisschen verwirrend, finde ich. Okay. 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 Oh! Ich hätte anders noch lang gehen müssen. Gut, wissen wir jetzt wie die Steuerung geht. Ein bisschen kompliziert, aber okay. Gucken wir uns mal den Anfang an. Na, das wissen wir ja schon, das kennen wir ja schon. Also. So. 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 Okay. Okay. Ich finde es ein bisschen langweilig. Ich bin hier eine kleine Einheit. Ich muss dann wahrscheinlich dieses komische Viech herstellen. Okay. 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 Was machst du denn, du? Ah, jetzt mach das. Wieso kann er da nicht wo hin? Hm? Ach, sorry, ja. Ich hoffe, dass der den hier sieht, dass ich ihm von hinten gleich anfallen kann. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist halt rundenbasiert und so, aber wie kommt bei mir nicht der Fun auf? Oh, oh. 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 Ja, macht ja nichts, mal was, nein, okay. Die Kamera wieder schwingen. Nee, Leute, ich breche hier ab. Das sieht interessant aus, aber irgendwie kommt bei mir nicht die Lust drüber. Grafik ist auch gar nicht mal so schlecht, also seht ihr ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Für euch vielleicht, für irgendeinen anderen ist das vielleicht was, ich habe ja echt gerne so eine rundenbasierte Dinge gespielt, aber momentan jetzt gerade so kommt hier kein Fun für mich auf. Deswegen breche ich das dann mal hier ab. Also das reicht wirklich, würde ich sagen, wir haben ein Tutorial ein bisschen gemacht, wir haben hier so ein bisschen gemacht, aber bei mir kommt halt nicht der Fun rüber und dann, ich will mich jetzt hier nicht quälen, nur um noch ein bisschen weiter zu spielen. Das ist ein schönes Spiel, aber für mich jetzt eher nicht. So, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre, Träumchen, haut doch mal in die Kommentare, ob etwas für euch wäre, würde mich interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut da rein, Ahoi, das hat euer Odin. Ich höre auf, Ahoo! So... ... ... ...